Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Aufstellungsanalyse von Hertha BSC. Pal Dardai ist ja seit gestern zurück. Der Ungar soll Hertha davor retten, in die 2. Bundesliga abzusteigen und sein drittes Engagement ist sicherlich damit auch sein schwierigstes. Denn man ist Tabellen 18. Es gab nun den komplett fatalen Auftritt gegen Schalke, wo man gegen einen direkten Konkurrenten mit 2 zu 5 verloren hat. Genau das war eben auch das Ende von Sandro Schwarz. Gestern wurde dann Pal Dardai als neuer Trainer bekannt gegeben bis zum Saisonende und natürlich geht es jetzt nur darum, die Hertha irgendwie zu retten. Pal Dardai ist natürlich aber auch ein Typ, der zum einen natürlich Berliner durch und durch ist, der Herthaner ist, aber logischerweise auch klare Vorstellungen davon hat, wie eine Mannschaft spielen muss, damit sie ihm auch in kürzester Zeit erfolgreich ist. Und genau darauf blicken wir mal heute. Wie sehr ändert sich Herthas Aufstellung im Vergleich zu Sandro Schwarz auf? Welche Spieler kommt es jetzt an? Wie wird man eben auch taktisch herangehen? Dreierkette, Viererkette? Und wie könnte ihm auch dann eine potenzielle Startelf für das unglaublich wichtige Heimspiel gegen Werder Bremen aussehen? All das und mehr besprechen wir hier und heute in der Aufstellung für Hertha BSC. Legen wir erstmal los mit der grundsätzlichen Frage nach der Taktik. Pal Dardai ist jemand, der nämlich durchaus flexibel ist, was Dreier- und Viererkette betrifft. Zuletzt hat er ja Hertha BSC vor zwei Jahren trainiert. Auch dort ging es ja nur darum, irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Und vor allen Dingen eben dort in der Saison 2020-2021 hat er dies Jahr in 16 Spielen geschafft. Am Ende war man 14. Ein gutes halbes Jahr später war für ihn ein Ende aufgrund von Differenzen mit Fredi Bobic. All das ist natürlich für jetzt auf jeden Fall irrelevant. Interessant ist aber schon auch der Blick auf die rein taktischen Formationen von Pal Dardai. Denn mal war es ein 3-5-2, mal ein 3-4-3 und oftmals eben auch ein 4-2-3-1. Und das System war natürlich auch das, was in seiner ersten Amtszeit sehr, sehr häufig gespielt wurde. Und deswegen, weil wir ihm auch dann mal einen guten Blick im Vergleich zu den vergangenen Wochen haben, schauen wir erstmal auf ein System mit Viererkette und zwar auf das 4-2-3-1. Unabhängig vom System kann man sicherlich auch mal über den Torhüter diskutieren. Und das ist ja aktuell Oliver Christensen. Auch gegen Schalke hatte er wieder einen Bock drin, wo er ohne Not aus dem Tor herausgelaufen ist. Marius Bülter hat dann ein unfassbar wichtiges Tor gemacht mit dem vierten Treffer, der so ein bisschen eben auch die Entscheidung war. Und das war natürlich auch wieder mal so ein bisschen typisch Oliver Christensen. Und deswegen finde ich, ist zumindest mal ein Torwartwechsel nicht unmöglich. Auch in Herters Fanforen, wo ich mal so ein bisschen umgehört habe, hat man mal so ein bisschen über das Thema gesprochen, ob es denn tatsächlich möglich wäre, dass Dardai im Tor nochmal wechseln wird. Ich finde, dass Christensen potenziell auf jeden Fall ein guter Keeper ist. Auch mit seinen 24 Jahren ist er einer, auf den man sicherlich in der kommenden Saison, in den kommenden ein, zwei Jahren auf jeden Fall setzen wird. Er muss aber einfach in diesem Abstiegskampf nochmal mehr Stabilität ausstrahlen. Als Typ, als Mentalitätsspieler ist er wirklich schon weiter als viele andere in seinem Jahrgang. Aber Stabilität ist hier ein großes Stichwort. Und trotzdem gehe ich davon aus, dass wir Oliver Christensen auch unter Paul Dardai sehen werden. Die Alternative hieß ja Tiag Ernst als Eigengewächs, der im letzten Sommer von der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde. Ob man ihm das zutraut, ist da nochmal eine andere Frage. Ich glaube, das Thema wird Dardai nicht zwingend aufmachen. Ein anderes interessantes Thema ist dann die Position des Rechtsverteidigers. Klar, setzt man auf Dreierkette, könnte hier, wie auch in den vergangenen Wochen, Marco Richter agieren. Sollte man allerdings zurückkehren zur Viererkette, hat man natürlich rein nominell im Kader Sommerneuzugang John Joe Kenny, den sehr erfahrenen Peter Pekarik und Eigengewächs Julian Eitsperger. Und hier könnte ich mir gut vorstellen, dass die Wahl auf Peter Pekarik fällt. Auch zuletzt, als Paul Dardai eben da war, wurde Peter Pekarik gefördert. Auf ihn wurde dann eben wieder gebaut als sehr erfahrene Säule in der Abwehr. Und das hat der Mannschaft auch durchaus gut getan. Bedingt dadurch, dass eben auch John Joe Kenny in den vergangenen Wochen wenig gespielt hat, obwohl ich ihn wirklich für einen sehr, sehr soliden rechten Verteidiger in der Bundesliga halte, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Dardai hier auf Peter Pekarik bauen wird. Spannend wird es natürlich auch dann in der Innenverteidigung, vor allem eben, wenn man zwei Positionen zur Verfügung hat, für die vier Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf, Martin Dardai, Augusti Rochel und Filip Oremovic. Und an einem führt für mich hier auf jeden Fall kein Weg vorbei und das ist Marc-Oliver Kempf. Er ist Einführungsspieler der Mannschaft, ein ganz wichtiger Faktor, wie ich finde, eben jetzt auch in den kommenden Wochen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Für mich auch systemunabhängig, auf jeden Fall gesetzt. Und daneben ist halt dann so ein bisschen die Frage in der Viererkette, mit wem machst du es? Und hier glaube ich schon, dass Paul Dardai auf seinen Sohn vertrauen wird, auf Martin Dardai. Zum einen, weil er, wie ich finde, großes Potenzial besitzt und auch einer ist, der erst recht noch in der kommenden Saison gefördert werden muss. Kai ist natürlich auch, der 21 hier hat jetzt auch einige Böcke drin, ist aber auch wiederum einer, der in Sachen Aufbauspiel sicherlich einige Elemente mitbringt, die auf jeden Fall jetzt in den nächsten Spielen wichtig sein können. Oremovic hatte auch immer wieder Böcke drin, Rochel hat zuletzt eher etwas weniger gespielt. Deswegen glaube ich, wäre das beste Abwehr-Duo für Hertha, Dardai und Kempf. Klar, jetzt sagen vielleicht viele, ja sind doch beide Linksfüße. Wie soll das funktionieren in der Zweier-Innenverteidigung? Wenn man zwei Rechtsfüße hätte, würde auch gerne darüber diskutieren. Das kann man schon so machen. Interessant wird es auch dann wiederum auf der linken Abwehrseite, denn hier sehe ich einen sehr offenen Konkurrenzkampf zwischen Kapitän Marvin Plattenhardt, der zuletzt gesetzt war, und dem gebürtigen Berliner Maximilian Mittelstädt. Plattenhardt hat ja unter Pal Dardai zuvor in den Jahren immer relativ viel gespielt, Mittelstädt allerdings auch. Zuletzt war Plattenhardt aber, wie ich finde, unglaublich schwach. Klar, auch da werden es vielleicht viele sagen, ja, aber er ist ja der Standardschütze, der der gute Flanken schlagen kann. Ja, aber genau da lagen eben jetzt auch die Probleme, dass eben auch genau das nicht mehr gut kam von Plattenhardt. Und deswegen würde ich hier einen Wechsel vollziehen, auf Mittelstädt setzen. Wie gesagt, Dardai hat durchaus auch immer sehr viel von Plattenhardt gehalten und sehr viel auf ihn gebaut. Rein vormäßig wäre es aber hier richtig, diesen Wechsel zu vollziehen. Doppel-Sechs haben wir dann natürlich Platz für zwei Sechser. Auch hier ist natürlich defensive Stabilität durchaus wichtig. Und einer, der natürlich auch jetzt eher als Achter fungiert hat, aber nicht fehlen darf in dieser ersten Elf, ist Lukas Toussaint. Auch er ist natürlich ein Spieler, der auch schon Pal Dardai kennt aus seiner zweiten Amtszeit. Und sicherlich rein individuell einer der Spieler, die jetzt auch vorangehen müssen, die eine hohe Qualität haben. Und deswegen darf Toussaint in dieser Startelf auch nicht fehlen. Daneben ist dann so ein bisschen die Frage, machst du es offensiver oder klar defensiver? Und hier ist für mich die klare Antwort deutlich, defensiver muss es hier werden. Und deswegen haben wir hier auch wie in den vergangenen Wochen Tolga Zigerci. Er ist natürlich auch jemand, der die Hertha kennt, nicht umsonst hat man ihn im Winter zurückgeholt und ist ein Mentalitätsspieler, einer der defensiv auf jeden Fall auch durchaus für Stabilität gesorgt hat und hier auf jeden Fall gesetzt sein muss. Und dann kommen wir zur Offensive. Und auch dort ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie offensiv machst du es und welche Spielertypen braucht es für den sehr disziplierten Fußball von Pal Dardai? Einer, der vielleicht auf dem Papier gar nicht mal so gut da reinpasst, aber trotzdem sicherlich spielen wird, ist Dodi Luquebakio. Denn er ist, wie ich finde, schon jemand, den den Unterschied ausmachen kann, der auch immer wieder bei Kontermöglichkeiten, wenn er mal ins Dribbling kommt, wirklich auch zeigt, was er kann. Aber eben auch im Gegenpressing, in der Defensivarbeit, keiner ist, bei dem du wirklich sagen kannst, yo, der geht da wirklich voran und hilft deiner Mannschaft auch in der Verteidigung extrem viel. Trotzdem hat auch Pal Dardai in seiner zweiten Zeit sehr, sehr häufig auf Luquebakio gesetzt und natürlich ist er auch einfach jemand, der aus wenig viel machen kann und der dir einfach offensiv eine unglaubliche Wucht mitbringt. Und deswegen, glaube ich, werden wir hier auch weiterhin Luquebakio sehen. Zehner Position, die natürlich auch in dem System zu einer zweiten Achterposition werden könnte, wird sich sicherlich duellieren zwischen Suat Serda und dann eben auch noch Stefan Jovetic. Zum einen, Kevin Prinz-Boateng, für mich keine Möglichkeit, ihn weiter in der Startelf zu sehen. Als Typen mag ich ihn sehr, ist sicherlich auch wichtig für die Mannschaft. In der Startelf hat er aber auch aufgrund seiner Fitness, aufgrund dessen, was die letzten Wochen so war, wie ich finde, nichts zu suchen und deswegen auch keine Option für die Doppel-6, auch nicht für die 10. Da haben wir Suat Serda und Stefan Jovetic. Wenn man es natürlich dann ein bisschen defensiver machen möchte, mit einem arbeitenden Achter, noch neben Tuzar und Sigertzi, wäre natürlich Suat Serda hier eine Alternative. Er ist natürlich auch einer, den man nicht umsonst von Schalke geholt hat, um ihn weiterzuentwickeln und mit ihm den nächsten Schritt zu gehen. Aber Serda hatte ihm auch in den vergangenen Wochen extreme Formschwankungen, eine extreme Formschwäche. Auch er hat ja gegen Schalke gar nicht mehr in der Startelf gestanden. Und deswegen würde ich hier dann sogar eher nochmal auf einen Ticken mehr Offensive gehen mit Stefan Jovetic. Er ist zum einen mit der beste Fußballer im Kader, wenn er fit ist, jetzt auch gepaart mit seiner Erfahrung, kann er schon sehr, sehr gut passen. Und vor allem auch auf der 10er-Position, wo er ein bisschen das Spiel gestalten kann, könnte er immer und immer wieder eben auch nach vorne Akzente setzen. Dann haben wir noch die Position des linken Flügelspielers. Da ist dann meiner Meinung nach Marco Richter die logische Möglichkeit. Er hat ja in den vergangenen Wochen eher als rechter Schienenspieler fungiert. Ist, wie ich finde, auch ein Typ, der gut zum Dardai-Fußball passen kann, der diszipliniert ist, der für die Mannschaft eben auch hart ackert. Und den müsste man auf jeden Fall hier wiederfinden. Ein Derry Scherhand, wie ich finde, sollte man auch nochmal mehr einsetzen, nochmal mehr reinschmeißen, möglicherweise auch als Joker auf dieser Position. Und somit wäre das mal meine offensive Dreierreihe. Einer, den ich mir auch nochmal auf der linken Seite vorstellen könnte, bei mir aber im Sturmzentrum landet, ist Jessica Gangkamp. Ich finde, auf ihn muss jetzt auf jeden Fall ganz klar gesetzt werden. Es wäre auch vorstellbar, dass dieser Part Erfahrung nochmal eine größere Rolle einnimmt, wie eben gesehen bei Pekarik oder eben auch bei Florian Niederlechner. Dass der eben vorne reingeschmissen wird, weil er eben weiß, wie die Bundesliga funktioniert. Aber auch hier könnte eben ein Gangkamp durchaus gut reinpassen, wenn man wirklich darauf baut, defensiv erstmal sicherzustellen, zu stehen. Eher erstmal auf 0-0 zu gehen und dann mal gucken, was nach vorne geht. Und eben dann mit den Flügelspielern Luke Bakio und Richter, mit dem Kreativspieler Jovetic, genau so ein Wien-Gangkamp einzusetzen. Ich glaube, das könnte schon eine gute Idee sein. Und deswegen wäre der deutsche U21-Nationalspieler meine Variante hier im Sturmzentrum. Und somit wäre das mal meine präferierte erste Elf für Hertha unter Pal Dardai im 4-2-3-1-System. Und ich glaube, da hätten wir zumindest schon sehr viel von dem untergebracht, was es einfach jetzt braucht und was eben auch sehr, sehr gut für den Pal Dardai-Fußball zur Verfügung steht. Wie vorhin, aber auch schon mal angerissen, ist natürlich auch ein System mit Dreierkette möglich. Mit möglicherweise nochmal mehr defensiver Stabilität. Und das habe ich auch nochmal rechts ein bisschen aufgezeichnet. Hier hätten wir weiterhin Christensen im Tor, in der Dreierkette, dann sicherlich auf jeden Fall Kempf und Dardai, daneben Oremovic oder Rochel. Dann als Schienenspieler könnte ich mir hier sogar Marco Richter erneut sehr gut vorstellen. Dann würde Pekarik wieder rausrutschen und auf der linken Seite Platten hat. Wenn man dann vielleicht hier sogar wirklich auf unfassbar viel defensive Stabilität baut, Mittelstädt sogar nochmal eins nach vorne zieht. Doppel 6, Bleibe bei Chigetschi und Tuzar und dann eben vor allen Dingen auf die individuelle Qualität von einem Luke Bakio setzt plus die Keilschatzigkeit von einem Gangkampf. Natürlich auch hier könnte man Mittelstädt rausnehmen und vielleicht sogar auf ein 3-5-2 bauen, was man in den vergangenen Wochen häufiger mal gesehen hat. Aber ich könnte mir auch grundsätzlich vorstellen, dass man links gehen wird mit Platten hat und Mittelstädt. Aber ich finde Variante 1, die wir vorhin ausführlich besprochen haben, würde aktuell wirklich sehr gut passen. Variante 2 habe ich jetzt mal ganz bewusst sehr, sehr defensiv aufgestellt. Noch defensiver wäre es natürlich mit Pekarik statt Richter. Und da wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit da, das so zu machen, je nachdem eben auch gegen wen man so spielt. Denn jetzt ist ja erstmal das unfassbar wichtige Heimspiel gegen Werder Bremen. Auch Werder hatte in den letzten Wochen so seine Probleme gehabt. Da muss eigentlich schon gewonnen werden, um wirklich auch den Glauben wieder zu haben, die Klasse halten zu können. Denn natürlich ist man auch nur zwei Punkte weg von Schalke und Stuttgart, sprich von Platz 17 und 16. Und auch wenn vielleicht nach dem Wochenende die beiden nicht so viele Punkte holen und man selbst bei einer Pleite gegen Bremen noch dran wäre, wäre natürlich ein Sieg gegen Werder so unfassbar viel wert, um immer an den beiden dran zu bleiben. Vielleicht sogar zu überholen, aber auch erst recht das Gefühl zu haben, ja, mit Pal Dardai als Trainer werden wir das in den kommenden Wochen schaffen können. Auswärts geht es ja dann noch gegen Bayern, Köln und Wolfsburg. Das ist auf jeden Fall ein ordentlich straffes Programm, wo man vielleicht weniger Punkte holen würde. Die Heimspiele mit den direkten Duellen gegen Stuttgart und Bochum, die werden zum Schlüssel. Da kannst du auf jeden Fall in Sachen Abstiegskampf viel tun. Generell eben dann die drei Heimspiele gegen Werder, Bochum, Stuttgart. Das sind wirklich die, wo es drauf ankommt. Da musst du da sein. Und dann hat Hertha, wie ich finde, auch eine wirklich reelle Chance, doch noch die Klasse zu halten. Denn Pal Dardai ist, wie ich finde, die richtige Wahl als Schwarznachfolger. Eben auch erst recht für jetzt eben diese sechs Spiele plus vielleicht noch zwei Relegationsmatches. Trotzdem wird es eine unfassbar schwere Mission und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Was denkt ihr, wird Hertha mit Dardai die Klasse halten können? Wie würdet ihr die Mannschaft aufstellen? Was ist realistisch? Welche erste Elf werden wir gegen Werder Bremen sehen? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.